Was haben wir denn heute? Der zweite Dach ist rum. Wir sind fertig. Wir sind voll im Arsch. Aber so richtig. Wir sind gerade mit der S-Bahn, die da hinten... Wie man sie sehen kann. Und durchgeschwitzt. Aber die Frisur hat gehalten. Ja, so ein bisschen. War alles super. Das Interview, was ich führen musste, war auch in Ordnung. Ich hoffe, ich sehe es nie. Gleich gehen wir noch essen. Irgendwann, irgendwo. Schön Pommes essen mit Currywurst. Was? Vegan haben wir doch gesagt. Was? Vegan. Vegane Currywurst? Ja, vegane Pommes. Mit Currywurst. Mit Currywurst, genau. Vegan ist auch eine Abkürzung für Veterinäre, Ernährungsweise, ganz... und so weiter. Kein Plan. Also das machen wir gerade. Hier ist noch 5 Kilometer bis ins Hotel laufen. Mindestens 5 Kilometer. Und dann gucken wir mal. Ich kann meine Beine gar nicht mehr spüren. Und ich kriege den Arm nicht mehr runter. Also, uns geht es soweit gut. Wetter ist top. Leute waren cool. Viele Leute am Stand gewesen. Und jetzt freuen wir uns beide nur noch auf die Dusche, ne? Ja, aber getrennt, ne? Getrennt, getrennt, natürlich. Wo bist du? Dritte Etage? Siebte. 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 Ja, getrennt. Ist mir soweit. Also Leute, bis dahin, ne?